Ich kann mir nicht vorstellen, dass dich keiner vermisst. Wem wolltest du hier in diesem Kaff gefallen? Lisa, nichts anfassen. Warum bist du eigentlich so misstrauisch? Die Frau war eine Betrügerin und der Typ vielleicht ein Komplize. Oder vielleicht einfach bloß der Bruder. Alter, was willst du, Junge? Alter! Gut möglich, dass der Mann schon vor dem Unfall tot war. Vielleicht ist er hier verdurstet. Der Herr Dürr. Was? Der Tote, das ist der Herr Dürr. Dann wissen wir das schon mal, super. Ich hatte Handschuhe an. Lisa, der Typ da hinten auf der Rückbank ist zur Fahndung ausgeschrieben. Und wenn du dich ein bisschen zusammenreißt, sitzt du ganz schnell näher in dem.